Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier und ähm, ja heute gibt es mal was ganz spezielles was es so noch nicht auf diesem Kanal gegeben hat und zwar eine Timelapse auf jeden Fall auch, glaube ich schon, auf jeden Fall oder ja, hatte ich mal einen Timelapse, glaube ich nicht, ne? Ich glaube, das ist die erste Timelapse hier und ihr seht schon im Hintergrund GTA 5 und ähm, ich hab mir gedacht, dass ich mal vielleicht ein kleines Let's Play starten könnte das ist also ein etwas größeres Let's Play also, dass ich mal, wie das Spiel mal durchspiele oder so, mal gucken und auf jeden Fall hab ich mir gedacht, dass ich mal einfach mal zocken könnte GTA 5, ne? und ähm, ja warum ist das hier gerade so speziell? wieso, wir gehen die nicht einfach damit, ne? ich hab was daran, dass ich das, ähm, mit Xbox hier aufnehme also mit der Konsole und ähm, deswegen meine LHS-Aufnahme jetzt auch mal auf der Konsole mal hab ich vorhin noch nie gehabt und war einfach etwas tricky so, ähm, mit dem Aufnehmen weil dafür braucht erstmal eine Festplatte für, ne? und ähm, die ich sonst habe für die YouTube-Videos, ähm, ging nicht weil sonst hätte ich formatieren müssen und das war ja auch nicht weil die ganzen Aufnahmen alle drauf sind, ne? ähm, vom Einkaufen und so aber ich hab zu Weihnachten einfach so eine Festplatte bekommen die sind eigentlich für die Spiele gedacht aber die könnt ihr einfach auch jetzt einfach für die, äh, Videos hier nehmen, auch, ne? also ich kann das eigentlich für Weihnachten benutzen auf jeden Fall, ähm, ja, ein bisschen tricky so mit der Festplatte aber jetzt kann ich das auch richtig schon aufnehmen mit der Festplatte und funktioniert alles auch wunderbar und, ähm, ja, ähm, wir sehen gerade im Hintergrund auch dass ich mir keine Mission einfach gemacht habe, na? und, oh, ist das jetzt gerade Mission? Okay und ich, äh, kommentiere das heute nach ähm, ich muss auch mal gucken, ähm, wie das so ist mit dem Kommentieren, weil ich glaube, erkennt das, also Xbox erkennt irgendwie das, ähm, ähm, Mikro so nicht und deswegen muss ich jetzt wohl immer nachkommentieren aber vielleicht gibt es noch keine Lösung oder so also vielleicht gibt es noch so eine Lösung ansonsten möchte ich das nachkommentieren was ja nicht so geil ist aber ich habe auch nicht einen, einen Millionen Oponenten, ne? wo das so tragisch ist wenn es so richtig schlimm so wäre, ne? es hat eben nur 30 jetzt, glaube ich und das ist nicht vielleicht ein bisschen mehr kraftbar, wenn ich das nachkommentiere und, ähm, auf jeden Fall mal gucken, wann das Plätze wieder startet ich will in den Ferien vielleicht mal Folgen auf, ne? und wir werden mal gespannt, ähm, ja, wie das so wird und, ähm, wir werden mal gespannt, wie das so ankommt dieses erste Konsolen-Display dann wie gesagt haben wir es gewesen von diesem kleinen Info-Video ich hoffe, euch hat es gefallen wenn ja, dann lasst, dann lasst eine Pulsier-Bewertung da ab und nie nicht vergessen und tschüss